Bluthochdruck ist eine stille Krankheit mit schwerwiegenden Folgen. Deswegen ist es wichtig, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen und gegebenenfalls den Lebensstil sowie die Ernährung zu verbessern. Diese leckeren Smoothies helfen unterstützend, deinen Bluthochdruck zu senken. Probiere sie einfach selbst aus und NBSP, wenn dein Arzt Bluthochdruck feststellt, wird er dir zweifellos empfehlen, verschiedene Lebensgewohnheiten zu ändern. Nicht immer sind sofort Medikamente notwendig, einfache Übungen, eine Umstellung der Ernährung, der Verzicht auf Rauchen-USW, können viel bewirken. Auch dir Medikamente gegen Bluthochdruck verschrieben werden. Solltest du verschiedene Lebensgewohnheiten ändern, wenn der Druck, den das Blut bei jedem Herzschlag auf die Gefäße ausübt, zu hoch ist, entsteht Bluthochdruck. Die Folgen können sehr ernst sein und NBSP-Äpfel sind nicht nur für die Allgemeingesundheit, sondern auch für das Herz sehr empfehlenswert. Sie helfen bei der Regulierung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels. In Kombination mit der Hafermilch und dem Zimt entsteht ein ausgezeichnetes Getränk für ein gesundes Frühstück. Den Apfel gut waschen, Bio-Qualität nicht schälen und mit der Hafermilch und dem Zimt im Standmixer oder Blender vermixen. Dieser Smoothie liefert viel Energie. Die Erdbeeren enthalten gesunde Antioxidantien, die den Blutdruck regulieren. Bananen sind reich an Kalium und Tryptophan und fördern folglich ebenfalls die Herzgesundheit. Nüsse liefern wertvolle Fettsäuren. Ärzte empfehlen den täglichen Konsum einer Handvoll Nüsse. Einfach alle Zutaten im Standmixer oder Blender zu einem leckeren Smoothie verarbeiten. Sehr gesund zum Mittag- und Abendessen. Dieser Gemüsesaft ist optimal zur Regulierung des Blutdrucks. Er ist reich an Vitaminen und Mineralien, die gut für die Gesundheit deines Herzens sind und die Arterien elastisch und gesund erhalten. Denk daran, das Gemüse gut zu waschen und gib alles mit einem Glas Wasser in den Mixer. Mit diesem Getränk kannst du deinen Blutdruck mit etwas Geduld regulieren. Und NBSP, die Kombination aus Orange, Kiwi und Birne schmeckt nicht nur ausgezeichnet. Sie ist auch perfekt zur Senkung des Blutdrucks. Wir empfehlen, dieses Getränk dreimal wöchentlich zum Frühstück zu trinken. Es sollte immer frisch zubereitet werden. Zuerst die Orangen pressen und dann alle Zutaten im Standmixer oder Blender zu einem Smoothie verarbeiten. Du solltest natürlich zusätzlich auf eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Wasser und wenig Salz achten. Auch ausreichend Bewegung ist sehr wichtig, um den Blutdruck wieder in den Griff zu bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.